Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümel Baut. Heute gibt es von K-Box die 10 511. Hat keinen Namen, steht nichts drauf, steht auch keine Teilanzahl drauf da oben. Ich habe es mal nachgeguckt, das soll natürlich ein Lamborghini Urus sein, also ein SUV und wohl aus 3.251 Teilen bestehen. Fühlt sich nicht danach an. Und Maßstab irgendwo zwischen 1 zu 8 und 1 zu 10. Also die Felgen von der Größe her, klassische 1 zu 8 Felgen. Das Auto ist, neben dem 1.8er würde er ziemlich mickrig aussehen. Ich denke mal so 1.9, neben dem 1.10er vielleicht schon wieder ein bisschen zu groß. Ja, wie gesagt, irgendwo dazwischen hätte ich ihn jetzt eingeordnet. Aber wie gesagt, K-Box schreibt hier überhaupt nichts dazu. Dementsprechend muss man es sich dann selbst aussuchen. Der ist unterteilt in 5 Bauabschnitte. Wir haben zusätzlich ein Korrektursheet und Aufkleber. Wir haben eigentlich sogar noch mehr Aufkleber. Wo habe ich es? Hier ist es hier in der Restekiste. Nee. Okay, irgendwo sind sie gerade abhandengekommen. Jedenfalls, das sind die Aufkleber. Hier sind die angedeuteten Lamborghini-Logos. Und dann hatte ich nochmal einen kleinen Streifen mit den richtigen Lamborghini-Logos drauf. Ich weiß nicht, warum K-Box das immer so macht. Irgendwo habe ich ihn jedenfalls. Dann hat man nochmal, ich glaube, 6 oder 7 dieser kleinen Lamborghini-Logos. Ansonsten, Aufkleber sind die kleinen hier alle transparent. Hier steht nochmal Lambda-Gine oder sowas. Ja, wer es mag, kann es natürlich drauf machen. Ich habe es weggelassen. Dann haben wir den Korrektursheet. 1, 2, 3 Stellen, wo man Teile weglassen soll. Und dann, unter der Motorhaube erzähle ich dann aber, beim Aufbau soll man nochmal 4 Teile dran setzen, die ein bisschen besser Halt bringen. Sind in der Extratüte, findet man. Ansonsten, blaue Axtpins, blaue Dreierpins, es nervt. Ich habe welche getauscht, nämlich 30 davon als Axtpins und 40 als Dreierpins, damit das dann am Ende nicht ganz so blau aussieht. Dann habe ich ja gesagt, 5 Bauabschnitte und es gibt 2 Varianten. Die dynamische Mitmotoren, kommen noch 2 XL Motoren, ne 2 L Motoren, ein Servomotor, eine Akkubox und eine Fernbedienung dazu. Oder, so wie ich, die statische Version gekauft bei Joy. Unten natürlich der Link und falls ihr da kauft, gerne meinen Code benutzen, Krümel baut. Vom Aufbau her exakt das gleiche, bis dann am Ende einfach die Motoren drunter gesetzt werden. Hier seht ihr, 2 L Motoren, einfach in die Mitte rein, der Servo auf die andere Seite, Kabel nach oben. Hier hinten, Kofferraum, Akkubox rein, Kabel anschließen und dann kann es losgehen. Ich glaube, das reicht zur Einleitung, von daher gucken wir uns den aufbauen. Ach ne, eine Sache habe ich noch vergessen. Das habe ich, eigentlich wollte ich das am Ende erzählen. Machen wir es am Anfang. Mir hat ein so ein Connector gefehlt. Aber, weil, werde ich auch erzählen, das was hier in grün ist, nochmal in grau dabei ist und was hier in grün ist, in schwarz dabei ist, hat man ein paar Teile doppelt. Unter anderem so ein Connector. Und, der hatte im Bauabschnitt halt gefehlt und ich habe ihn dann am Ende von den Ersatzteilen oder übrigen Teilen rausgenommen und ersetzt. Dementsprechend keine Fehlteile. Alles gut, was das betrifft. Den Rest klären wir dann jetzt beim Aufbau. Legen wir mit Schritt 1 los und wie immer kurz Teilequalität. K-Box, die sind okay, funktioniert alles, hält alles. Zweierachsen, ein bisschen schwacher auf der Brust. Man kann sie reinstecken, sie fallen nicht raus. Das ist nicht das Problem. Und hier tun sie auch ihren Dienst, aber sie gehen halt relativ leicht rein. Ansonsten, Zahnräderachsen und so greift alles, aber auch hier wieder bei dem Differenzial, wenn ich jetzt hier drehe, gibt es immer eine Stelle. Da knattert es ein bisschen, da hängt es ein bisschen. Das Differenzial hat einfach, das ist schlecht gegossen. Genauso die Zahnräder, die da drin sind. Solange der rote Kranz nicht drauf ist, dreht das alles richtig schön flüssig und dann kommt der rote Kranz drauf. Innen die Zahnräder sind dann ziemlich fest. Und gleichzeitig greift das rote auch schlecht in die schwarzen Zahnräder rein. Da hört das immer wieder an der Stelle. Da ist einfach die Gussform irgendwie mies. Da müssen sie dran arbeiten. Ansonsten, wie immer der Tipp, hier die ganzen Zahnräder, knallt das nicht fest, sondern das soll schon ein bisschen Spiel haben, damit es schön flüssig läuft. Ich sage mal, solange das Differenzial nicht dran ist, kann man hier einmal drehen und dann drehen die auch schön flüssig. Gerade wer es motorisieren will, sollte darauf achten. Und dann auch wieder ein Tipp, habe ich beim Terzo damals auch schon gesagt, weil der hat die gleichen Felgen, nur eine andere Farbe drauf. Eigentlich sollte jetzt hier die Bremsscheibe und der Joint hier schon in der Aufnahme sein und an der Achse. Dann habt ihr aber ein ganz, ganz großes Problem oder es wird ein Problem später, die Felgen drauf zu kriegen, weil die Terzo-Felgen sind komplett blickdicht. Das heißt, ihr seht nicht die drei Pins, wie ihr die hier drauf kriegt. Daher wieder mein Tipp, nehmt die Felge, entweder jetzt gleich, wenn ihr euch das nicht stört, packt die Bremsscheibe in die Felge rein und verbindet es dann. Dann kriegt ihr es halt wesentlich besser rein, als wenn das ganze Auto fertig gebaut ist, hier die Bremsscheibe ist und ihr versucht da irgendwie noch die Felge drauf zu kriegen. Ihr spart euch halt echt Nerven und Zeit. So, das als kleiner Tipp noch. Achso, und noch eine Sache, die Bremsscheiben liegen in einer extra Tüte. Im Bauabschnitt sind die Radaufnahmen, mit denen könnt ihr aber nichts anfangen, weil der Terzo hat in den Felgen Pins drinne. Das heißt, ihr bräuchtet dann, oder vielleicht liegen am Ende auch noch einmal hier diese Distanzscheiben drinne. Die müsste man dann eigentlich noch draufsetzen, damit ihr quasi eine Pin-Aufnahme habt für die Pins in der Felge. Ansonsten sollten diese Scheiben dabei sein, ich werde natürlich am Ende nochmal drauf achten, dann könnt ihr auch die nehmen, weil die Bremsscheibe sieht man eh nicht. Dann könnt ihr die für irgendwas anderes benutzen. So als Tipp. Gut, das also dazu. Jetzt zum Aufbau. Ihr seht, wir haben hier schon eine ordentliche Länge gebaut. Arm geht los. Wir haben hier einen großen Technikrahmen. Wo geht er lang? Hier. Hier. Da drunter sitzt ein Technikrahmen. Mit dem geht es los. Da kommen die Zahnräder rein. Liftarme oben und außen. Und überall halt so dran drumherum. Dann kommt hier schon eine Reihe an Panels als Verkleidung. Und gleichzeitig auch noch Stabilisierung für die obere Reihe an Liftarm und die untere. Dass die auch noch in der Vertikalen verbunden sind. Ansonsten ist das hier wie hier vorne, dass das alles immer ein bisschen leicht rum wackelt. Generell. Habt keine Sorgen. Hier wackelt einiges immer mal rum. Und dann seht ihr ja auch diese ganzen roten Pins. Nicht ganz zum Schluss, aber so, ich sag mal, fünf Schritte, bevor man dann mit dem ganzen Bauschritt fertig ist, geht es los. Und man setzt Unmengen von diesen roten Pins rein. Also hier sind zwei, vier, dann hier zwei, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig, ja gefühlt so dreißig Pins. Und die verbinden dann alles erstmal richtig. Weil zwischendurch hat man öfter mal, hier ist zum Beispiel so ein T-Liftarm. Habe ich hier einen, so, hier so ein 3x3 T-Liftarm. Da setzt man so einen roten Pin rein, hält den hinter diesen Liftarm und schiebt den rein und hat den dann hier irgendwo verbunden. Dann wackelt der, weil erstmal nur auf einen Pin, so hin und her. Und später kommen dann die beiden noch dazu. Und dann ist der erst richtig fest. Und sowas kommt hier öfters mal vor. Also hier allein schon viermal. Ich glaube, unten war das auch. Auch vorne, hier kam das auch mal vor. Und dementsprechend habt ihr also keine Sorge, wenn das alles noch ein bisschen wackelt. Es nervt auch manchmal, wenn die Lifterarme sich bewegen. Da muss man eben mal gucken, ob sie gerade stehen, wenn man irgendwas reindrückt. Aber am Ende, also ich sage mal, bis auf die zwei hier vorne, das ist ein massiver Block. Hier bewegt sich nichts mehr. Weil ihr seht, es wird dann alles später verstrebt. Also nachdem man dann hier den vorderen Block fertig hat, baut man diesen oberen, ja, ich sage mal das obere Element hier. Also diese ganzen Liftarme mit Mittelkonsole. Und steckt ihn erstmal von oben rein. Und das wird dann halt später mit diesen ganzen Pins erst richtig fest. Ja, die Hinterachse ist auch schon dran. Die wird dann so Stück für Stück baut. Geht los hier, Technikrahmen, Differenzial und alles rein. Dann gucken, dass es sich halbwegs geschmeidig dreht. Und drumherum baut man dann hier die Radaufhängung und, ja, zwei Federn pro Rad. Die sind relativ leicht, finde ich. Also ich habe schon straffere Federn gesehen. Aber, ja, es wird ja auch kein großes, schweres Modell mit irgendwie 4000 Teilen. Von daher denke ich mal, dass das alles passt. Und hier auch wieder von oben erstmal einfach nur draufgelegt. Die Liftarme, die sind dann einfach nur durch eine Achse hier mit dem mittleren Connector verbunden. Und später kommt dann hier erst Stabilität rein, wenn, wie gesagt, der T-Liftarm dazukommt. Und der dann wiederum mit den vertikalen Liftarmen auf beiden Seiten verbunden wird. Also, es ist dann halt so ein, man darf nicht gleich denken, dass alles straff sitzt. Sondern je mehr es wird, desto besser wird es auch. Ja, das also zu Schritt 1. Und mit Abschnitt 2 ist dann quasi der Unterbau fast schon fertig, würde ich sagen. Denn hier, der komplette Block kommt vorne dran und es geht in die Breite. Los geht es hier vorne. Oder nee, machen wir es mal anders. K-Box, ich weiß nicht warum, wird relativ bunt. Ich sage mal, okay, das mit den vielen roten Axtstoppern, würden die schwarz sein, würde es natürlich viel besser aussehen. Aber damit kann ich leben. Warum jetzt hier auf einmal grüne Konnektoren und halbe Liftarme reingesetzt werden, oder hier auch die blauen, das machen sie ja schon ein bisschen länger, das erschließt sich mir einfach nicht. Wie gesagt, das mit den roten Axtstoppern, das sehe ich vielleicht noch ein, dass man halt schnell findet, alles klar, da ist das alles verbunden. Wobei auch da schwarz würde funktionieren. Warum das jetzt hier auf einmal dunkelgrün sein muss, ja, es ist halt so. So, aber gucken wir mal zum Aufbau. Man baut, bleib hier, hier unten, die Vorderachse fängt an mit dem, wieder Differential, gleiche wie hinten. Da drauf achten, dass es sich in die richtige Richtung dreht. Das heißt, hier müssen sie versetzt drin sein. Also die Differentiale, guckt drauf nicht, dass ihr jetzt das rote unten habt, weil dann würden sich die Achsen entgegenläufig drehen. Das ist immer so der Hauptfehler. Man liest das dann auch auf Facebook gerne mal, ey, warum dreht sich meine Achsen falsch rum? Ganz einfach, weil es Differential falsch rum drin ist. Also da drauf achten. Ansonsten vom Aufbau her das gleiche wie vorne. Kriegt dann auch noch Konnektoren in viele Richtungen, dass man es dann später verbinden kann. Und dann nimmt man das ganze Element, also Liftarm, sage ich schon, Technikrahmen mit Differential drin und ein paar Achsen. Dann setzt das hier auf die unteren Liftarme, schiebt es ran, dass das dann hier in die Achse reingeht. Da muss man halt gucken, dass die Achse richtig steht und das dann greift. Und dann kommen hier Pins rein. Hier die blauen. Die verbinden das dann erst alles. Dann kommen ein paar Liftarme quer, links, rechts, oben, unten. Ein paar Konnektoren dran, die das Ganze befestigen. Dann kommt der V8 rein. Wird später hier mit Transplect-Teilen verkleidet. Ansonsten ist es halt ein ganz normaler V8, der da drin hängt. Hier zwei Zahnräder, die das Ganze dann mit dem Antriebsstrang verbinden. Und dann wird es da oben, das Gelb, ihr seht es durch. Wenn ich jetzt hier drehe, dann bewegen sich auch die Kolben. Ja, dann wieder noch, ihr seht es, Liftarme quer, Verstrebungen. Alles relativ einfach. Dann kommt die Radaufnahme. Die baut man separat. Also das heißt hier die grünen Konnektoren. Die Federn kommen später erst dran. Die Radaufhängung, ich habe wieder die Bremsscheiben rausgelassen. Ihr wisst, Felgen und so. Nimmt das Ganze und setzt das hier auf insgesamt sechs Pins, glaube ich. Oder vier Pins und zwei Achsen. Wird das einfach draufgesteckt. Und später kommt dann hier eine achte Achse durch. Und da muss man gucken, dass man die Konnektoren richtig hält. Und dann so sich so Stück für Stück vorarbeiten. Den Konnektor, dann den roten Konnektor in der Mitte treffen. Dann den hier richtig halten. Und dann schiebt man die Achse durch. Ich mache das zweimal und ist dann auch relativ easy fertig damit. Dann kommt hier die Lenkradweiterleitung dran. Lenkt in die richtige Richtung. Ihr seht, hier oben funktioniert. Ich habe es aber ein bisschen vermasselt. Das heißt, wenn hier die Lenkung gerade steht. Ich habe ein Zahnrad um einen Zahn verdreht. Vielleicht ziehe ich es nochmal alles auseinander und drehe es ein bisschen, dass es dann passt. So würde halt das Lenkrad nicht sauber gerade stehen. Ja, und dann geht es hier an die Seiten. Das sind zwei Elemente. Bevor die drankommen, hier nochmal ein paar Konnektoren dran. In grün dann, was ich zum Grau des Wagens absetzen soll. Da interessant. Die ganzen grünen Teile sind in einem separaten Beutel. Im Bauabschnitt sind die Teile auch drinne in Wagenfarbe Grau. Also diesem Metallic Grau. Das heißt, wer das grün nicht möchte, kann einfach die Teile aus dem Bauschritt nehmen. Und hat dann höchstwahrscheinlich am Ende einfach nicht diese grüne Zierteile, sondern das Ganze komplett einfarbig. So als Tipp. Zumindest hier würde es jetzt aufgehen. Es sind noch ein paar andere grüne Teile drinne. Mal gucken, wie es dann in den Bauabschnitten weitergeht. Ich werde euch das natürlich immer, oder wenn ich es nicht vergesse, jeweils erzählen. Ja, das passt. Ihr könnt das einfach ersetzen. Ja, das sind einfach nur hier ein paar Liftarme, Konnektoren dran. Wird von oben drauf gesetzt. Wieder nichts Wildes. Und dann baut man zweimal das Seitenelement. Also Liftarme, Konnektoren dran, Außenkonnektoren dran. Hier hinten ein Panel. Dann hier diese ganzen kleinen Flügel. Die sind nur mit Achsen verbunden und am Ende jeweils ein Achspin. Dadurch ist das beweglich. Kann man dann wahrscheinlich am Ende richtig ausrichten, dass es dann passt. Und dann nimmt man das Ganze, setzt es hinten erstmal nur auf einen Pin drauf und muss hier gucken, dass man zwischen zwei Konnektoren kommt. Und ganz am Ende kommt dann da eine Zweierachse jeweils durch. Hier hinten jeweils eine Zweierachse. Und dann geht es wieder los. Rote Pins reinstecken. Ich glaube, hier waren es dann nur vier Stück, die das Ganze nochmal befestigen. Ich hatte eine rote Zweierachse zu wenig in dem Bauabschnitt. Hatte im ersten eine zu viel. Hat sich also ausgeglichen. Keine Fehlteile. Ist natürlich doof. Wer die eine Achse im ersten Bauabschnitt nicht übrig hat, der bräuchte dann theoretisch eine Zweierachse. Das sei kurz noch erwähnt. Das heißt, ich habe bisher keine Fehlteile, aber das eine war im ersten Abschnitt und ich brauche das im zweiten. Ja, das also zu Abschnitt 2. Ja, jetzt geht es mittlerweile hier voll und ganz an die Karotte, aber bevor wir anfangen, es gibt einen kleinen Korrektursheet oder ein Korrekturblatt, was wirklich klein ist. Also man erkennt kaum, was die da wollen. Geht um die Schritte 205, 206, 216 und später dann nochmal 403. Aber die drei hier sind in dem Bauabschnitt. Das heißt, ich werde gleich sagen, was sie da genau weglassen. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht ganz. Mal gucken, vielleicht macht es irgendwann Sinn. Ja, Kotflügel. Hier hinten geht es los. Also man fängt erst mit dem hinteren Teil an. Die Kotflügel kommen dran. Die Verbreitung kommt dran. Wird hier dann mit halbem Liftarm fixiert. Hier kommt ja nochmal ein bisschen Deko-Kleinkram dran. Alles relativ easy. Einfach nur dranstecken. Macht man auf beiden Seiten. Und dann geht es hier an die komplette Heckpartie. So sieht das dann aus. Wenn es fertig ist, hätte man am besten schwarze Dreierachsen benutzen, äh, Zweierachsen benutzen sollen. Dann würde es einen Tick besser aussehen. Ich habe aber keine zum Austauschen da. Dementsprechend habe ich da die roten Punkte. Aber man setzt erstmal hier oben quer Liftarme rein. Gucken wir mal so. Hier ist eine Konstruktion, eine Unterkonstruktion. Werden hier draufgesetzt auf den Konnektor. Also auf die Konnektoren. Das sind zwei Liftarme mit Konnektoren dazwischen. Achtet da drauf. Hatte ich nämlich erst falsch gemacht. Ist in der Anleitung nicht 100% deutlich, finde ich. Diese zwei grauen Liftarme. Ich hoffe, ihr erkennt die. Einmal da, einmal da. Die dürfen nicht ganz ran geschoben werden. Also es muss da eine Lücke bleiben. Und dann werden die mit den roten Pins hier befestigt. Ich habe es komplett rein geschoben und dann befestigt. Dann haut das hier aber alles nicht hin. Dementsprechend guckt, dass die Liftarme wirklich, das sind 2x4 Liftarme an dem quasi äußeren Punkt da unten. So, da jetzt etwas da unten festgemacht werden. Dann habt ihr hier die richtige Entfernung. Dann kommen die Liftarme von oben drauf gesetzt. Quasi als Befestigung hier für Panel mit den grauen Panels dran. Die sind dann hier auch in Metallic. Aber da fällt mir gleich ein. Ich habe 2, die sind dunkler. Also das seht ihr hier. Das ist dunkel. Und auf der anderen Seite, das ist auch ein Tick dunkler. Nicht ganz so schlimm wie die Seite als alle anderen. Darum habe ich hier drauf geachtet, dass die 2 direkt nebeneinander liegen immer. Die haben dann die passende Farbe. Dass man hier nicht den großen Unterschied zwischen den beiden Panels sieht. Das heißt, das einzelne sitzt dann jetzt hier außen. Und dadurch, dass es ja so ein bisschen metallisch wirkt oder so eine Metallic Farbe ist, fällt da der Unterschied finde ich nicht ganz so schlimm auf. Weil es halt durch die einzelnen oder verschiedenen Blickwinkel eh immer ein bisschen anders wirkt. Wenn die aber hier direkt nebeneinander liegen, würde es doch sofort ins Auge scheinen, dass so eins hier dunkler ist. Ja, so als Tipp. Falls ihr da auch Farbunterschied habt, meine ich. Wir hoffen natürlich nicht. Dann kommen hier oben 2 Panels drauf. Da habe ich Pins getauscht. Hier sollen nämlich Viertelpins rein. In Blau. Damit das hier nicht an dem Liftharm hier oben vorbeirutscht. Habe ich gegen schwarze ausgetauscht, weil die sieht man am Ende. Dann kommt hier oben nochmal eine Querverbindung rein. Da ist mir dann übrigens aufgefallen, dass das hier alles nicht ganz so gestimmt hat. Weil ihr müsst die rote Achse treffen und dann hier vorne rein. Und bei mir hat das überhaupt nicht hingehauen, bis ich dann mitgekriegt habe, dass ich da den Stud falsch hatte. Quasi auch nochmal hier Liftarme, damit das Ganze wieder stabil ist. Und dann geht es hier an den Diffusor. Das ist ein bisschen dolle nervig, weil zum einen, das ist eine Änderung. Gucken wir mal hier unten drunter. Hier sind zwei Konnektoren. Hier, da seht ihr, ist frei. Da soll eigentlich so ein roter Dreierachspin rein. Und dann eine Verbindung zu dem blauen Pin da hinten. Hier sagen sie, soll man weglassen. Den roten Pin und dann hier die Verbindung. Warum, weiß ich nicht. Weil jetzt hat man halt das Problem, dass das hier alles zum Klappen ist. Also das bewegt sich. Sie sagen es halt so. Ich mache es so. Vielleicht kommt da später nochmal irgendwie ein Teil dran oder so. Ansonsten haben wir hier vier Auspuffrohre oder Endrohre, die auch so leicht in diesen Grau Metallic sind. Ja, werden einfach nur per Konnektoren draufgesetzt. In Transclear haben wir hier einen Konnektor mit einem roten Transclear Pin drinnen, wo dann die Softexits reingehen. Und da verstehe ich den nicht. Wenn sie Transclear Pins machen können, können sie halt auch alle anderen Farben machen. Dann hier Wagenfarbe Pins oder halt schwarz. Ich weiß nicht, warum sie blau nehmen. Genauso hier Konnektor mit einem Viertelpin auch in Transred. Und da kommen dann die Softexits dazwischen. Ja, dann ein, zwei Verstrebungen dran. Und hier hinten sind wir fertig. Und es geht hier vorne hin. Da kommt erstmal hier wieder einmal ganz quer Liftarme reingesetzt. Die Verbindung zum Lenkrad wird verlängert. Also wir waren ja bisher her. Und dann kommt hier nochmal ein paar Konnektoren dran. Schiebt man drauf. Das war ein bisschen friemelig, weil man einerseits so auf eine Achse muss, gleichzeitig aber hier das Kardangelenk von oben draufsetzen soll. Hätte man eigentlich in zwei Schritten machen sollen. Nämlich, dass man hier den Liftarm abnimmt, dann das Ganze so quer draufschiebt und dann das Kardangelenk draufschiebt und dann hier den Dreier Liftarm draufpackt. Dann passt. Und ich habe jetzt hier auch gleich auch nochmal die Lenkung angepasst. Jetzt steht die Achse gerade. Wenn die Lenkung gerade ist, dann habe ich halt das Zahnrad nochmal kurz abgenommen, ein Zahn verdreht. Und jetzt passt das. Ja, und dann kommen hier auch nochmal Kurtflügel dran. Hier vorne Panels. Und hier haben wir ein bisschen Unterkonstruktion, eine lange Achse, Konnektoren dran, die hier in die Liftarme gehen und dann vorne die Scheinwerfer halten. Kommt dann auch nochmal eine lange Achse so quer rein, die das Ganze hält. Und zu guter Letzt dann hier ein paar L-Liftarme unter Konstruktion. Hier nochmal ein Liftarm rein, die das Ganze dann wirklich befestigen, dass das nicht hin und her wackelt. Also ihr seht, das ist alles fest. Ja, das also dazu. So langsam geht es dem Ende entgegen. Der vorletzte Bauabschnitt ist auch da. Bevor wir den aber besprechen, kurz Teile. Also fangen wir erstmal an. Hier so ein Konnektor in Grau fehlt mir. Da habe ich einen zu wenig. Der müsste eigentlich auf der andere Seite. In Schwarz sind ja noch ein paar da. Könnte ich jetzt reinsetzen. Ich warte aber erstmal noch, ob vielleicht im letzten Bauabschnitt dann einer in diesem Grau Metallic übrig ist. Beziehungsweise ob man den hier an der Tür sieht oder ob ich irgendwo einen anderen wegnehmen könnte. Aber der fehlt zumindest in Bauabschnitt 4. Mal gucken. Vielleicht taucht er noch irgendwo auf. Dann Farben. Ihr seht schon, das ist nicht so grau wie hier die Kotflügel oder die anderen Liftarme. Genauso. Der Liftarm ist ein bisschen schwach. Und hier diese Distanzstücken, die drei oder hier vier plus die vier auf der anderen Seite, die sind auch generell alle ein bisschen schwach von der Farbe her. Ja, die wirken halt irgendwie ja so blass, als ob eine Schicht Farbe fehlt oder so. Ist natürlich schade. Gerade bei dem Panel hier. Ich sage mal, die Liftarme, das geht noch halbwegs. Aber wenn ihr jetzt ihr seht es. Also das ist wesentlich heller. Muss ich mal gucken. Entweder Joy anschreiben beziehungsweise fragen, ob der irgendwie direkt eine K-Box Support Adresse oder irgendwie sowas hat. Dann werde ich mal gucken, dass ich da irgendwie Ersatz bekomme. Ja, ansonsten. Achso, weiter. Teile. Hier in grün die ganzen Teile. Also hier die Flügel, die vier Stück und hier die drei. Ja, keine Ahnung, was das ist. Sind das Panels? Jedenfalls alles in schwarz nochmal da. Könnte man also, wenn man das grün nicht möchte, hier gegen schwarze austauschen. Und damit hätten wir, glaube ich, teilemäßig alles durch. Achso, in dem Bauabschnitt. Also die zwei Achsen sind ja immer pro Bau. Bauabschnitt dabei. Die sind alle relativ straff. Also am Anfang waren sie teilweise ein bisschen schwach auf der Brust. Hier sind sie straff, also gehen relativ schwer rein. Nicht so, dass es wehtut oder dass man dolle Kraft braucht, aber die haben halt wirklich Halt. Das, also da sind dann anscheinend unterschiedliche Chargen oder sowas verwendet worden. Gut, jetzt zum Aufbau. Geht größtenteils um die Front und dann so nach hinten. Angefangen, hier sehe ich gerade, das ist nicht ganz gerade. Jetzt ist es richtig drauf. Hier kommen mehrere Elemente dran. Das fängt einmal an. Die zwei Flügel mit dem Schwert hier. Also, falls das nicht erkennt, das ist ein Schwert. Setz mal zusammen. dran. Gleiche auf der anderen Seite. Dann hier unten ein Element, da sind, sieht man es von hinten noch? Ja. Hier wieder in dunkelgrünen Konnektoren zusammen mit einem Liftarm und darauf sitzen dann Systemsteine mit schwarzen Slopes und Fliesen, die das dann hier die Lücke schließen. Werden einfach nur draufgesetzt. Hier nochmal mit zwei von diesen kleinen Flügelelementen. Logischerweise wieder auf der anderen Seite. Dann kommt hier der mittlere Teil ran. Ich hatte mich schon gewundert oder habe überlegt, wie sie das Design hier hinkriegen. Das sind halt alles viele kleine Steine. Also 1x1 Steine mit 1x1 Brackets und darauf dann diese 1x1 Dreiecksteine drauf. Und die Brackets werden dann auf einen auf einer was ist das? 2x12 Plate oder sowas von unten drauf gesetzt. Die wiederum von hinten da so eine 2x2 Plate mit Pin oben drauf hat. Und dann geht es in einen Konnektor und von da aus dann an die Karosserie. Ich hatte erst gedacht, dass da irgendwie Aufkleber drauf klatschen oder so. Ne, das sind alles ganz viele kleine Steine. Finde ich ganz nett gemacht. Dann hier die Scheinwerfer-Elemente. Keine Ahnung, ob das irgendein Teil aus irgendeinem anderen Set oder sowas ist. Ich kenne es nicht. Oder ob das jetzt speziell von K-Box kommt. Ja, sieht halt nett aus nach einem Scheinwerfer. Hier durch die unterschiedlichen Kanten und sowas braucht man auch keine Aufkleber, dass man da noch ein paar Details drinnen sieht und nicht nur einfache gerade Fläche hat. Ist in Ordnung. Ja, dann lasst mich überlegen, wie geht es weiter. Genau, Armaturenbrett kommt dran. Das ist dann wieder einfach nur Liftarme, Panels von oben, ne, von vorne, also von innen so drangesetzt auf ein paar Pins. Hier, Lenkrad, kriegt ein paar Armaturen und dann das Lenkrad einfach draufgesetzt. Auch wieder nichts Wildes. Ja, und dann baut man das Dach. Das ist prinzipiell zweiteilig. Einmal der hintere Teil. Hier viele Konnektoren zusammengesetzt mit einem Liftarm nach oben. Da kommt der erste Teil vom Dach dran. Dann baut man hier auch wieder Liftarme, Konnektoren, Querverbindungen, rote Pins rein. Das übliche Spiel. Und baut dann quasi hier nochmal eine Säule nach oben. Da kommt der vordere Teil vom Dach dran. Und dann hier Liftarme nach hinten, die das beides miteinander verbinden. A-Säule, so als Scheibe angedeutet, dann einfach nur von vorne mit Konnektoren rein. Achsen, Konnektoren nach unten und hier auf zwei Konnektoren drauf. Also auch wieder alles nichts Wild. Was ein bisschen nervig ist, und zwar seht ihr hier drinnen, sind 2x4 L-Liftarme. Die sind in dem Grau dabei und in Wagenfarbe. Es ist so schwer bis gar nicht zu unterscheiden, was sie da jetzt wollen. Ich habe mir gedacht, okay, innen wird es passen. Nehmen wir die hellgrauen und außen, wo war es denn? Hier hinten irgendwo? Ne. Ach ne, hier oben am Dach war es dann genau und am Dach kommen dann die farbigen rein. Ja, so habe ich es dann gemacht, weil macht ja keinen Sinn, umgedreht. Aber das ist halt in der Anleitung erstmal schwer zu unterscheiden. Also hier innen, in dem Innenaufbau immer die normal grauen Steine nehmen und alles andere dann oben wirklich für die Außenhaut aufheben. Dann ist das hier alles verbunden. Die Heckerlappe kommt dran, hat dann hier hinten ein Panel mit zwei Liftarmen, wird hier oben befestigt, also einfach erstmal zwischengehalten, und dann kommt der graue Liftarm, der lange von außen dran. Wir haben aber dann pinnig richtig zusammengedrückt und dann hält das Ganze erst und dann kommen hier die zwei Panels dran. Da auch wieder leichte Farbableichungen. Das untere ist dunkler als das obere. Ich würde mal sagen, ja, das ist wieder zu schwach bedruckt oder mit Farbe eingekleistert. Jedenfalls das Element hier dran kriegen. Carebox sagt einfach nur, macht es dran. Welche Pins wohin, weil hier auf der anderen Seite seht ihr das noch, hier geht dann noch ein Querliftarm unten drunter, da muss ein blauer Pin rein. Zeigen sie nicht. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier unten den letzten Pin genommen habe, alles andere würde wenig Sinn machen. Da hätte man sich vielleicht noch ein, zwei Pfeile gewünscht. Und dann kommt hier noch der Heckspauler hinten dran. Einfach nur auf Konnektoren in das Panel, Liftarm mit dran, außen die Panels dran. Und dann ist das auch erledigt. Ja, ja, eigentlich das mit den Farben ist halt schade. Ansonsten die Problematik mit den Teilen hier, dass man sie nicht unterscheiden kann. Vom Aufbau her ist das eigentlich soweit alles machbar, da war jetzt nichts, wo man richtig viel friemeln musste. Und da sind alle angeblich 3251 Teile verbaut. Und es steht da. Ging weiter mit den Türen. Vorne, wieder so nervig hier, haben wir eine Reihe an Pins oder diesen Konnektoren, Konnektoren mit Pin-Aufnahme. Pin, vier Stück sind es glaube ich, die muss man hier reindrücken. Drehen sich halt ständig hin und her, ehe man die hier in die Pendants reinkriegt. Ansonsten, ja, das Übliche. Der Aufbau der Tür, vorne recht simpel, Panel, 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 das mittlere steht ein Stück schräg hier durch die, was ist denn das ja, Achspins, da auf zwei Achsen, die zieht es dann nach innen und hier ist nochmal ein Panel quer, dass das Ganze ein bisschen heitert und nicht zusammenklappt und dadurch haben wir dann hier den so Knick nach innen noch einen Spiegel dran und dann kann man die Tür zumachen. Hinten ein bisschen komplizierter, denn ihr seht hier, wir haben hier mehrere Schichten und ja, da muss man beim Aufbau ein bisschen darauf achten, wie man es hält, weil die drehen es ziemlich oft und dann muss man immer erstmal die Orientierung suchen, bevor man irgendwelche Konnektoren oder Pins dran setzt, nicht, dass die dann irgendwie auf der falschen Seite sind und man sich wundert, warum es nicht klappt, aber, wie gesagt, ein bisschen hingucken beim Drehen, dann wird das auch und die sitzen dann hier nur auf zwei Pins, dementsprechend lässt sich das alles ein bisschen leichter zusammenbauen. Was mich hier mal ein Stück weit stört ist, hier ist so ein L-Lift Arm, was das, 4x4 glaube ich, also so ein geknickter und ich kriege den Pin, der in den Kotflügel geht, nicht richtig rein. Ich habe anfangs gedacht, wenn man den so, jetzt ist er drin, aber in der Höhe würde ja die Tür nicht zugehen. Das heißt, der soll eigentlich ein Stück tiefer und dann zieht es den Pin hier raus, weil da eine Kante vom Kotflügel stört. Das ist ein, ja, das nervt ein bisschen. Ansonsten, ja, um die genaue Linie hinzukriegen, muss man gucken, wo man die Tür anhält. wenn man sie richtig zumacht, hat man hier eine Kante, dementsprechend, da muss man ein bisschen darauf achten, dass das dann hier ein flüssiger Übergang wird. Das baut man natürlich alles auf die andere Seite auch nochmal dran und dann geht es ja vorne an die Motorhaube, die ich, bevor ich es aufmache, haben Sie wieder nicht wirklich mitgedacht, Panel, hier die Kante und hier drunter ist ein Lifter, der geht hier quer durch. Wenn ich jetzt anhebe, dann ist Schluss. Dann sitzt das Panel auf und wenn ich hier höre, ich drücke, irgendwann fällt das Panel ab, weil das ist nicht sonderlich stabil befestigt, zeige ich da. Ich erkläre euch auch warum. Das ist dann auch wieder ein Teil von diesem Korrektursheet. Komm, geht drauf. So, einmal hier und hier. Der Grundaufbau ist große Plates, dann diese ganzen Slopes, die auch wieder farblich, ihr seht es, diverse Schattierungen haben. Auch die Panets passen dann wieder hier nicht zu den, ja, wie gesagt, mit der Farbe haben sie es hier ziemlich versaut. Slopes dran, hier vorne per Ball Joints, die Nase, nenne ich es mal, dann ein paar Plates drüber, die das Ganze stabilisieren und dann geht es hier an die Panets und die sitzen einfach nur auf einmal zwei Plates mit Pin-Aufnahme und das hält natürlich nicht wirklich gut, gerade wenn da so große flächige Pinets dran kommen, da wird die Hebelwirkung irgendwann so hoch, dass es ziemlich leicht abgeht und hier hinten ist es wirklich nur ein so ein Teil, also zwei Pins. Sie haben es dann, Korrektursheet, achso, hier sehe ich gerade, der Teil gehört hier hin, wie rum muss es? So. Ist das jetzt richtig? Ja. Diese Slopes mit umgedrehten Noppen oder mit Noppen nach unten, die sollen das ein bisschen befestigen. eins, zwei und hier auch nochmal eins, zwei, vier Stück insgesamt. Hilft aber nicht wirklich, weil an der Stelle, da ist halt keine Befestigung und das geht ziemlich leicht ab und das ist das, wo es dann hier auf den Liftarm aufsetzt. Ja, also wie gesagt, vom Aufbau her nicht wirklich schwer, nur gerade das Element hier sitzt ziemlich wackelig. Und es ist halt schade, dass man die Motorhaube nicht aufmachen kann, weil dann hinten die Panels aufschlagen. So und dann setzt man das einfach nur hier zwei, hier sind zwei Achsen, hier zwei Achsaufnahmen. Guckt, dass das alles fest ist oder zumindest ist in dem Moment halbwegs in Position und versucht zu treffen und stellt sich nicht ganz so doof an, wie ich das gerade mache. So, nochmal in Ruhe. Und jetzt mal mit hingucken. Mach mal von der Seite. So. Und so. Jetzt haben wir es drauf. Ja, dann ist das auch dran. Dann kommen noch die Felgen dazu und da habe ich ja gesagt, lasst das mit den Bremsscheiben erstmal weg. War jetzt nicht so eine Bombenidee. Das ist quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera. So wie ich es gemacht habe, kriegt man natürlich die Bremsscheibe ziemlich leicht auf die Felge. Man hat aber das Problem, dadurch, dass es auch Allrad ist, auf allen vier Rädern, man muss ja dann den Joint auf die Achse kriegen und die Achse rutscht dann gerne von oben nach unten raus, weil die da auch wieder nur in einem Joint hängt. Das ist letztendlich auch ein Gefummel. Persönlich für mich das angenehmere Gefummel als blind auf die Bremsscheibe drauf zu kommen. Ja, das ist halt der Nachteil der Felgen. Aber das bleibt dann letztendlich euch überlassen, für welchen Weg ihr euch da entscheidet. Ja, und dann ist er fertig. Und Funktionstest. Federt hinten. Federt vorne. Tür auf. Lenkung. Lenkt mit. Ich hoffe, ihr erkennt es. Ja doch, man sieht ein bisschen am Licht, am Schatten, dass das Lenkrad mit lenkt. Und damit sind ja alle Funktionen durch. Getriebe etc. Haben wir nicht. Kurz noch zur Motorisierung. Hier ein L-Motor dran, da ein L-Motor dran, da der Servo dran. Kabel nach oben durch. Oben ist genug Platz. Ich weiß gar nicht, wo die Akkubox jetzt hin soll. Ich glaube, hinter die Rücksitzbank. Knopf. Und dann kann es losgehen. Aber die Zahnräder an den Differenzialen, die machen halt wirklich Krach. Und fressen auch, oder erzeugen ziemlich viel Reibung, dadurch, dass sie nicht flüssig ineinander greifen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das großartig spaßiges Fahren wird. Aber gut, das gucken wir uns dann vielleicht in der Review an. Ich habe Pins getauscht. Insgesamt sind es geworden 30 Axtpins und 40 Dreierpins, die ich gegen blau, also gegen schwarze getauscht habe. Ich würde euch noch zusätzlich empfehlen, besorgt euch einen schwarzen Connector. Ich habe hier gerade keinen rumliegen, aber ihr seht ja, da der blaue, der sollte am besten auch schwarz sein, weil das sieht halt so ein bisschen doof aus. Meine Meinung. Aber gut, dann ist er fertig. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen und es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, gerne einen Daumen da lassen und natürlich meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Krümme baut. Tschüss.